Der Mai reizt sein Repertoire in den nächsten Tagen nochmal aus. Erst gibt es noch kalte Nächte inklusive Bodenfrost, ehe sich der Wind dreht und uns zum Wochenwechsel eine ganz andere Luft erreicht, und zwar eine frühsommerliche. Allerdings wird die Luft auch recht feucht sein, sodass im Tagesverlauf Schauer und unter Umständen kräftige Gewitter mit von der Partie sein können. Und damit herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Der meteorologische Frühling ist auf den letzten Metern nochmal auf Wiedergutmachung aus und macht ab dem Wochenende ein auf sommerlich warm. Warm anziehen heißt es diese Woche aber erst einmal, denn die kälteste Nacht der Woche liegt noch vor uns. Am Donnerstag kann es frühmorgens noch einmal Bodenfrost geben, tagsüber gibt es am Feiertag aber nahezu überall freundliches und trockenes Ausflugswetter mit ein paar Wölkchen mehr im Süden als im Norden. Für alle, die den Sommer schon herbeisehnen, gibt es dann ab dem Wochenende einen willkommenen Vorgeschmack, denn die Wetterlage stellt sich um und die 25-Grad-Marke kommt in Reichweite. Die beiden Hochs, eins über den Azoren und eins mit Schwerpunkten über Osteuropa, versuchen es erneut mit einer Brücke. Dadurch dreht der Wind bei uns auf Ost und im Zusammenspiel mit dem Tief im Mittelmeerraum gelangt feuchtwarme, ja fast schon schwüle Luft zu uns. Durch die Nähe zum Tief sind dann in einigen Regionen aber auch wieder Gewitter an der Tagesordnung. Wie heftig und wo genau steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Lupenreines Sommerwetter mit nur blauem Himmel wird es aber eher selten geben. Am wärmsten wird es zum jetzigen Stand am Sonntag und Montag und zwar vor allem in der Nordosthälfte mit über 25 Grad, eventuell sogar bis knapp 28 Grad im Raum Berlin. Aber auch im Südwesten werden 20 bis 25 Grad erreicht. Dass diese Wärme jetzt zum Wochenwechsel kommt, ist schon relativ sicher. Die Frage ist noch, wie lange bleibt sie in der nächsten Woche und wo genau kommen die kräftigsten Gewitterduschen runter. Im 14 Tage Wetter in der App könnt ihr den generellen Trend für euren Ort einsehen und schauen, wie lange sich die Wärme bei euch vor Ort hält. Bei einem Klick darauf gelangt ihr übrigens direkt zur Textvorhersage. Wir halten euch an dieser Stelle natürlich auch über die frühsommerliche Wetterlage auf dem Laufenden. Ich bin Niklas Weise von WetterOnline.